Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute mal ein Video, was gut zu unserer Selbstheilungsthematik passt. Und zwar, glaube ich, ist es auch noch mal wichtig zu wissen, was sind eigentlich die Anzeichen dafür, dass du in einer toxischen Beziehung gewesen bist? Also woran merkst du das eigentlich bei dir selbst? Ja, was könnten diese Themen sein? Nein, ich fange mal mit einem ganz wichtigen Punkt an, den wir alle zu gut kennen, dass wir nämlich erstens ständig warten. Und die Frage ist eigentlich, worauf wir eigentlich warten, weil wir kennen das ja nur zu gut, dass die uns ständig in eine Warteschleife packen. Das fängt ja bei Kleinigkeiten schon an, das muss gar nichts Besonderes sein. Es geht schon damit los, wenn du anrufst und du erreichst sie schlichtweg nicht. Oder wenn du versuchst, mit denen eine Absprache zu treffen über den Urlaub und wann ihr in den Urlaub fahrt, dass ihr ewig keine Antwort dazu bekommt. Ihr müsst aber bei der Arbeit den Urlaubsplan ausfüllen, aber ihr könnt das einfach nicht klären. Und im schlimmsten Fall könnte das auch viel, viel größere Themen sein. Und zwar, dass ihr besprochen habt, dass ihr nun endlich zusammenziehen wollt und dass ihr jetzt den nächsten Schritt gehen wollt. Aber dieses Warten, dass das endlich passiert und dieses Zusammenziehen auch endlich mal funktioniert und klappt. Dass der ständig oder sie ständig die Wohnung nicht kündigt oder dass immer irgendwas ist, was gerade wichtiger ist. Also ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass ihr in einer toxischen Beziehung seid. Ihr seid ständig am Warten. Was ist noch ein wichtiges Zeichen, dass ihr euch in einer toxischen Beziehung befunden habt oder befindet? Du suchst ständig nach Fehlern. Und zwar suchst du nach deinen eigenen Fehlern. Das ist ein ganz trauriges Thema, weil im Grunde genommen, wenn du dich zurückerinnerst, bevor du in dieser Beziehung gewesen bist, warst du niemals so. Also wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, bevor du in dieser toxischen Beziehung warst, da hast du gar nicht ständig Leute um dich gehabt, die dir das Gefühl vermittelt haben, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Weil du fängst da dann irgendwann an, dir selbst sozusagen logisch erklären zu wollen, was da abgelaufen ist. Also du versuchst, die Logik dazu zu finden, warum diese Beziehung nicht klappt. Und das ist auch total menschlich. Weil wenn man in einer vernünftigen Beziehung ist, wo Geben und Nehmen ausgeglichen ist, da musst du ja gar nicht ständig hinterfragen, wie man irgendwas besser machen könnte. Sondern du weißt es einfach, weil die andere Person dir auch die entsprechende Unterstützung gibt, beziehungsweise auch sich so mit dir auseinandersetzt, dass du einfach weißt, was jetzt der richtige Weg ist. Aber dadurch, dass ja nichts klappt, denkst du natürlich bei dir selbst, fängt man ja auch immer an, so ist das nun mal und normale Menschen sind nun mal so, dass du denkst, was habe ich jetzt nicht richtig, habe ich mich nicht klar ausgedrückt, habe ich das nicht richtig formuliert. Warum versteht die Person mich dann einfach nicht? Das Problem ist, dass die Narzissten dich nicht verstehen wollen, weil erstens, dass sie sich vielleicht gar nicht dafür interessieren, was für dich wichtig ist. Und zweitens, dass es ihnen ja natürlich ganz super toll gefällt, dass du verunsichert bist, weil du dann ja noch mehr reingibst. Also das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest. Was ist das nächste Thema, dass du dich oder das nächste Anzeichen, dass du dich in einer toxischen Beziehung befindest oder befunden hast? Was ganz, ganz tragisch ist, du schottest dich von der Außenwelt ab. Das ist in vielerlei Hinsicht so. Erstens bist du aus dieser Beziehung so dermaßen erschöpft, dass du überhaupt nicht mehr schaffst, noch irgendetwas anderes zu tun und auch gar nicht mehr die Kraft aufbringen kannst. Und das nächste ist auch, du schließt auch irgendwann deine Freunde aus oder Bekannte oder Familie, weil die natürlich versuchen, mit dir zu sprechen und dieses Thema zu klären. Aber du willst ja unbedingt diese Beziehung haben und da dich das so nervt und die im Grunde genommen dir immer nur wieder die Wahrheit sagen, willst du dich einfach nur noch isolieren und deine Ruhe haben. Das nächste ist, dadurch, dass der ja auch so unberechenbar ist, diese toxische Person oder der Narzisst, ist es so, dass du ständig deine Pläne umändern musst, weil du ja auch möchtest, dass ihr gemeinsame Zeit verbringt. Und damit schließt du natürlich auch viele andere Leute aus deinem Leben aus und die sind dann auch irgendwann genervt von dir. Also das ist eine Fremdabschottung durch diese Manipulation der Narzissten, weil die gar kein Interesse haben, dass du dich um andere Leute kümmerst und mit anderen Leuten Zeit verbringst, sondern du sollst ja die Zeit, sämtliche Zeit, die du besitzt, für den Narzissten aufbringen und opfern. Und du weißt jetzt natürlich schon lange, dass das überhaupt nicht gut für dich ist, dass du das getan hast, weil, wie ich auch aus vielen Kommentaren sehen konnte, sagt ihr auch, ihr habt überhaupt niemanden mehr, er steht total alleine da. Aber glaubt mir, wenn das eine normale Beziehung gewesen wäre, wäre das nicht der Fall. Weil normaler Mensch hat doch ein Interesse daran, dass man in einer Beziehung glücklich ist und dass man auch sein Umfeld hat und dass man sich selbst verwirklichen kann. Das passiert aber in so einer toxischen Beziehung nicht. Der vierte Punkt ist, dass man anfängt, ungesunde Verhaltensweisen zu zeigen. Was kann das sein? Das kann der Genuss von zu viel Alkohol sein, dass ihr Tabletten braucht, weil ihr ständig Kopfschmerzen habt, dass ihr Süßigkeiten esst, dass ihr den Sport, den ihr früher gemacht habt, einfach nicht mehr macht und dass ihr alles das, was euch gut tut sozusagen, erst mal gar nicht mehr dazu kommt und es sogar weglasst und durch ungesunde Handlungen, ich weiß jetzt nicht, was das bei euch im Konkreten ist, das kann da jemand anders sein, aber dadurch durch ungesunde Handlungen ersetzt. Der nächste Punkt ist, dass du dich immer mehr distanzierst. Was meine ich damit? Damit du zeigst nicht mehr so viel von dir einfach nur noch, um dich selbst zu schützen und in vielerlei Hinsicht ist das auch ganz gut, wenn du nicht mehr so viel zeigst, aber es geht ja hier um die Anzeichen dafür, dass du in einer toxischen Beziehung bist oder warst, weil wenn du in einer normalen Beziehung wärst und diese Erfahrung nicht gemacht hättest, wärst du jetzt gar nicht gezwungen, dich so zurückzunehmen und das Schlimme ist, das wäre eigentlich auch jetzt nochmal ein weiterer Punkt, dass die Regulation sozusagen der Emotionen auch nicht mehr so funktioniert, weil du ratzfatz auf 180 bist und dich ruckzuck aufregst, weil du natürlich immer unter Stress stehst und dann sofort ausflippst, wenn irgendwas nicht so ist, wie du dir das vorstellst, aber so bist du normalerweise gar nicht, das kennst du von dir nicht und das meine ich eben damit, dass du entweder dich total zügelst, damit du nicht ausflippst und dass du auch diese Emotionen nicht mehr so zeigst, weil du auch nicht möchtest, dass man sieht, wie verletzt du bist. Das ist natürlich total traurig, weil das Schlimme daran ist ja, dass du eigentlich durch dieses Verhalten längst erkannt hast, dass du mit der anderen Person überhaupt nicht emotional sein kannst, weil du nichts klären kannst und du ständig alleine dastehst und die Probleme eigentlich immer größer werden und jedes Mal, wenn du ein Problem ansprichst, dann wird alles nur noch schlimmer und deswegen nimmst du dich total zurück oder du tickst total aus und das ist das Crazy Making, dass sie dich so verrückt und irre machen, dass du dann auch berechtigt eigentlich ausflippst, aber was die anderen ja nicht sehen, die dann sehen, dass du austickst, was davor für Spielchen gelaufen sind, ich brauche die nicht aufzählen, die kennt ihr alle und das ist jetzt hier auch der letzte Punkt, dass du merkst, dass du sozusagen von toxischen Menschen manipuliert worden bist. Du hast Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen. Also es wird immer komplizierter und das ist eigentlich total schade und tragisch auch, weil ich meine, diese Schwierigkeiten zu vertrauen geht eher in eine ganz andere Richtung und zwar, dass du dich nicht mehr traust, über das, was bei dir passiert, zu sprechen. Also, weil du fühlst dich irgendwann ja auch nicht mehr ernst genommen und das Schlimme ist einfach, dass es dieses sogenannte Self-Blaming, dass du dich auch so sehr dafür schämst, was du mit dir machen lässt, in Anführungsstrichen, was natürlich Quatsch ist, weil du ja manipuliert worden bist. Also, du bist ja nicht in deiner Stärke, sondern die gehen ja immer in da rein, wo sie dich angreifen können. Das heißt, du wirst, wenn du schwach bist, durch deinen Partner nicht unterstützt und gestärkt, sondern sie gehen rein und machen dich noch schwächer und sagen, das stimmt, das hast du wirklich schon mal besser gemacht. Versteht ihr? Das ist so, die verstärken deine Schwäche. Und dadurch ist es natürlich so, dass du dich nicht mehr anvertrauen magst, weil der Narzisst das ständig mit dir gemacht hat. Ja, das waren jetzt nochmal die Punkte aus meiner Sicht, wo man sehr, sehr gut an sich selbst erkennen kann, dass man in einer manipulativen Situation gesteckt hat oder drinsteckt. Und da, wenn ihr diese Anzeichen an euch bemerkt, könnt ihr sehr, sehr sicher sein, dass ihr es hundertprozentig vielleicht nicht, aber zu 90 Prozent mit einem Narzissten zu tun habt. Weil wenn diese Punkte alle zusammenkommen, ist das ganz, ganz sicher eine manipulative Beziehung, die euch nicht gut tut und die euch, desto länger ihr da drin bleibt, auch zerstören wird. Die wird euch wirklich kaputt machen. So, und was jetzt dieses Video nochmal bezwecken sollte, dass ihr vielleicht nochmal guckt, sind das all diese Punkte? Und wenn es diese Punkte sind, dann habt ihr zumindest die Sicherheit für euch. Und darum geht dieses Video heute. Dass ihr wisst, ihr habt in einer hoch manipulativen Beziehung gesteckt und ihr braucht euch dafür nicht zu schämen, weil ihr es mit einem wirklich bösen, bösen Menschen zu tun hattet und dass dieser Mensch einfach nicht mehr in euer Leben gehört und dass ihr nicht euch fragen müsst, was kann ich besser machen, weil du nichts besser machen konntest. Und das soll heute deine Erkenntnis sein. Du hattest keine Chance, diese Beziehung ins Positive zu drehen. Daran hatte die gegenüberliegende Seite schlichtweg kein Interesse. Also, ich fasse jetzt hier die Punkte nochmal zusammen. Und zwar, du wartest ständig. Du suchst ständig nach Fehlern bei dir. Du schottest dich von deiner Außenwelt ab. Du betreibst Selbstsabotage. Du zeigst ungesunde Verhaltensweisen. Du bist emotional distanziert. Die Regulation deiner Emotionen klappt nicht mehr. Und du hast als letzten Punkt Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen. Okay, jetzt wisst ihr die Punkte, woran man erkennen kann, dass man in manipulativen Beziehungen steckt oder steckte. Das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Musik Musik Vielen Dank.